moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr auf der map die maschine sehr schnell ethereum kristalle farmen könnt hierfür würde ich euch empfehlen leute nimmt euch auf jeden fall die wunderwaffe mit und ihr braucht heilaura und stimschatz braucht ihr noch ein paar wäre auf jeden fall nicht schlecht leute wenn ihr die wunderwaffe dann habt dann macht euch am besten den nova 5 aufsatz drauf als nächstes braucht ihr eine selbstwiederbelebung leute falls ihr das solo macht dann habt ihr schon eine oder wenn ihr das mit einem kumpel macht dann kann er euch auch beleben so ihr müsst euch jetzt einmal töten lassen und wenn ihr dann tot seid leute dann schießt eurem pistolen magazin einmal leer so wie ich das jetzt tue und dann holt euch wieder hoch ich wird am besten erst mal drei zombies überlassen so wie ich bevor ihr euch tötet weil zu viel mit zu vielen zombies klappt das nicht so gut wenn ihr dann drei zombies nur noch habt dann trend die so dass die hinter euch her laufen also dass die von hinten auf euch zukommen geht am besten einmal hier hoch so leute wenn ihr das dann gemacht habt dann läuft hierhin zu diesem dritten kreis und legt euch hin haltet die tasten nach vorne gedrückt leute und wenn die zombies euch nach vorne pushen dann drückt einmal auf ducken und falls nicht klappt wieder hinlegen dann wieder auf ducken drücken und dann solltet ihr unter die map fallen leute wenn ihr dann hier unter der map seite dann schaut einmal dahin wo ich ihn schaue lauft hier runter sobald die damage bekommt aktiviert eure heilaura dreht euch nach links legt euch hier hin leute und dann kriegt ihr zur seite aktiviert noch mal ein stim damit ihr nicht down geht lasst euch hier runter fallen und wenn ihr dann hier unten seid dann bleibt nicht so weit von der wand entfernt und spawnt die zombies nicht also bleibt nah an der wand dran dann kommen auch die zombies hierhin leute hier würde ich jetzt einfach die ganze zeit mit euren wunderwaffe einmal schießen den gas das gas schießen und danach mit rechts die zombies aufsaugen das könnt ihr so lange machen wie ihr wollt leute und wenn ihr hier zwischendurch mal wieder raus wollt dann nimmt einfach euren äther schleier ladet den auf aktiviert den hier an der wand und ihr seid wieder in der map drinnen falls sie noch irgendwelche fragen haben solltet oder eventuell hilfe braucht bei irgendetwas könnt ihr auch gerne meinem discord joint link ist in jeder video beschreibung leute ansonsten wünsche ich euch viel spaß mit dem video falls es euch gefallen hat lasst es mich in den kommentaren wissen ich würde mich über jedes like und jedes abo freuen leute ansonsten ciao bis zum nächsten video bis zum nächsten mal z